liebe cara unity hallo und herzlich willkommen zu den kanal news aus dem november diesmal unterstützt von moose farm mit dem produkt des monats zuerst nach deutschland und zur sogenannten legalisierung in die ampelkoalition hat sich auf die abschließende fassung des gesetzes zur legalisierung von cannabis verständigt kirsten kappert-gonter von den grünen vorsitzende des gesundheitsausschusses im bundestag bezeichnete das gesetz als bedeutendes paradigmenwechsel nach dem beschluss soll das gesetz weniger streng ausfallen als zunächst geplant insbesondere wird der konsum in der nähe von schulen und ähnlichen einrichtungen auf einen abstund von 100 metern begrenzt also verringert von ursprünglich geplanten 200 metern eine wichtige änderung betrifft auch den eigenen bau der erlaubte besitz von bis zu 50 gramm wurde verdoppelt also im privaten raum gibt es dann eine strafbarkeit ab 60 gramm im öffentlichen raum ab 30 gramm dieser mengen gilt der besitz lediglich als ordnungswidrigkeit auch die höhe von strafen und bußgeldern soll angepasst werden mit einer verringerung des maximalen bußgeldes von 100.000 auf circa 30.000 euro auch kaum der rede wert für jugendliche unter 18 bleibt der besitz und der konsum von cannabis weiterhin verboten obwohl der ursprüngliche plan cannabis in lizenzierten geschäften zu verkaufen vorerst nicht umgesetzt wird stellt diese gesetzänderung einen wichtigen schritt in der cannabis politik da die abschließende verabschiedung im bundestag steht zwar noch aus aber das gesetz soll voraussichtlich im frühjahr zum ersten april verabschiedet werden und wir hoffen dass es kein april schatz ist auch wenn manche jetzt schon fleißig sind wird jetzt noch vielen in der grüne daumen zum verhängnis in wolfradshausen zum beispiel wurde einem 71 jährigen rentner wegen des anbaus einer 3,5 meter hohen cannabis pflanze in seinem garten vor gericht gestellt die polizei hatte die pflanze beschlagnahmt im herbst des vorjahres 530 gramm blütenstände und 800 gramm blattmaterial erbracht hatte der renner gab zu cannabis für den eigenkonsum anzubauen um sich zu entspannen denn er meidet alkohol er seine frau war zwar von anfang an dagegen aber wurde ebenfalls angeklagt obwohl sie keinen bezug zur gartenarbeit hatte die pflanze wurde durch zufall entdeckt als ein polizist in einem nachbar garten arbeitete den cannabis geruch wahrnahmen die staatsanwaltschaft forderte für den renner 18 monate haft auf bewährung während seine frau freigesprochen werden sollte die verteidigung argumentierte für mildere strafen insbesondere da eine cannabis legalisierung im raum steht das gericht verurteilte den renner tatsächlich wegen eines minderschweren falles zu einem jahr gefängnis auf bewährung ohne geldstrafe die frau des rentners wurde freigesprochen ja dem polizisten wurde hoffentlich schwarzarbeit nachgewiesen ja noch eine meldung aus deutschland in flensburg gibt es mal pflanzen statt punkte am frühen mittwoch morgen des 15 11 führte die kriminalpolizei nibel auf anordnung der staatsanwaltschaft flensburg eine durchsuchung in astrup durch in diesem verfahren aufgrund des verdachts des anbaus von betäubungsmitteln konnten mehr als 50 kilogramm bereits abgeerntetes cannabis sind teilweise verkaufsfertigen zustand sichergestellt werden in diesem gebäude wurden übrigens mehr als 900 cannabispflanzen aufgefunden weiterhin wurden große mengen an equipment zum betrieb der anlage beschlagnahmt die ermittlungen richten sich gegen den 42 jährigen betreiber dieser anlage weiteren ermittlungen der kriminalpolizei nibel und der staatsanwaltschaft flensburg dauern an düsseldorf als modellregion ja düsseldorf plant modellregionen für cannabis zu werden im stadtrat unterstützen fdb und spd einen antrag der die stadtverwaltung auffordert sich für die cannabis abgabe zu bewerben sobald rechtliche rahmenbedingungen geklärt sind dabei sollen maßnahmen zum jugendschutz und zur prävention entwickelt und gespräche mit potenziellen partnern geführt werden die grünen stimmen für den antrag während die cdu dagegen war na welch ein wunder christiane rachner von der fdp betonte dass aufklärung statt verbote der richtige ansatz sei um risiken wie verunreinigte stoffe zu minimieren der antrag bezieht sich auf einen beschluss von 2015 zum wissenschaftlich begleiteten modellprojekt zum cannabis anbau die anzahl der teilnehmer am modellprojekt begrenzt ist betont die stadt die notwendigkeit dass auch schnell gehandelt werden sollte ja und noch ein 74 jähriger aus deutschland hat auch ein komisches erlebnis der erhält nämlich ein paket und zwar ja durch einen fatalen fehler statt des online bestellten küchengerätes erhielt ein mann mit 74 eine ladung cannabis per paket geliefert ja so hat ein 74 jähriger aus dem westlichen bodensee kreis statt eines bestellten küchengerätes ein paket mit mehreren kranken cannabis und haschisch bekommen berichtet das polizeipräsidium schwaben südwest der mann informierte die polizei den für ihn mutmaßlich sehr unfreundlichen vorfall die beiden päckchen seien vermutlich beim fassaden vertauscht worden teilte die polizei mit der mann hatte das gerät in angaben nach im internet bestellt wie genau sich der vorfall ereignete und welches küchengerät es sich handelte wollte ein sprecher aus ermittlungspaktischen gründen nicht mitteilen wer die drogen erhalten soll und ob der eigentliche empfänger ein küchengerät bekommen hat aber wir vermuten es waren offensichtlich die cbd produkte ist reich ja betrüger firma ist im konkurs wie schon mehrmals berichtet ist ja nun bekannt geworden dass my first plant unter betrugs und geldwäsche verdacht steht ja nun die klagenfurter firma ist also insolvent am montag wurde landesgericht klagenfurt unter gläubiger antrag ein konkursverfahren eröffnet berichtete der kreditschutzverband er zunächst im lagen keine informationen zu vermögen und schulden vor der geschäftsführer des unternehmens ist einer der angeklagten in der causa xb wo es um einen millionenbetrug mit investitionen in kryptowährungen geht ja bei my first plant sollten anleger über das internet in den anbau von cannabispflanzen investieren und dann von gewinnen aus kosmetik und heilpflanzenindustrie zu profitieren werden wahrzahlen aber niepflanzen angebaut wurden so der verdacht die wirtschaft und korruptionsstaatsanwaltschaft mit ermittlungen nachgeht weltweit sollen es übrigens 17.000 opfer sein mit einer schadenssumme von über 16 millionen euro niederlande pilotprojekt für legale lieferkette startet ja in den niederlanden startet im dezember ein pilotprojekt endlich zur legalen cannabis lieferung in breda und tilburg werden coffee shops von drei produzenten mit legal angebauten cannabis beliefert dieses experiment teil eines großen forums in zehn gemeinten soll die effekte einer regulären cannabis lieferkette auf kriminalität sicherheit und öffentliche gesundheit erforschen ursprünglich verzögert wird nun eine start up phase von der eigentlichen vierjährigen testphase eingeführt insgesamt neben 73 coffeeshops teil mit einer möglichen erweiterung auf glockig eine elfte gemeinde der prozess wird von unabhängigen forschern und einem beratungsausschuss überwacht spanien deutsche staatsbürger wurden angeklagt in den kanaren es ist eine wichtige gerichtliche entscheidung gefallen die provinz gerichtsbarkeit in santa cruz den riffer hat eine anklage gegen die deutsche bürger die lagomera leben feiern gelassen diese waren im juli 22 beschuldigt wurden nachdem die goethe civil eine plantage mit fast zehn kilo mariana entdeckt hatte das gericht stellte fest dass es keine anzeichen dafür geht dass die angeklagten absichtigen die drogen zu verkaufen die entscheidung berücksichtigt dass einer der angeklagten in deutschland bereits mit cannabis behandelt wurde also das gericht argumentierte dass die menge allein nicht ausreichte um eine anklage aufrecht zu erhalten insbesondere da keine weitere beweise für drogenhandel vorliegen oder der hauptangeklagte auch cannabis cannabis zu therapeutischen zwecken nutze ja wir begrüßen solche urteile und weiter nach italien in nordostitalien hat die finanzpolizei 196 kilo mariana in einem lieferwagen beschlagnahmt ein 53 jähriger polo wurde festgenommen aber später wieder freigelassen da keine haltekunde vorlagen die drogen kamen übrigens aus der schweiz wurden nach tschechien gebracht und sollten in italia wieder verkauft werden ja der vorfall ereignete sich bei einer fahrzeugkontrolle an einer mautstelle des mariana war verpackt in 176 paketen und hatte einen geschätzten straßenverkaufswert von fast zwei millionen euro er weiter ermittlung zur herkunft transportweg und so weiter der drogen sind im gange in diesem gange sinne wünsche ich euch viel glück bleibt legal und vor allem gesund lasst einen kommentar da macht die glocke an und unterstützt mich vielleicht auf patreon und vielen dank bis zum nächsten mal